Ich hab glaub ich wirklich probiziert gerade Ich hab 12 Glas noch und ich hab noch normale Glasscheiben Und wenn nicht, dann kann ich nochmal Sand abtragen gehen, wenn wir kein Glas haben Da sind gerade Monster gespawnt Warte, ich meine ich hab hier Ah ne, das Holz hat dazu gefehlt, verdammte Axt Eine Axt brauchst du? Ne, verdammte Axt Was ne Schaufel, krass Also das erste was wir brauchen, wenn da Diamanten haben, ist glaub ich ein Charmantable, oder? Jaja, das bauen wir als erstes, dann würd ich sagen auch, ja Würd ich sagen auch, cooles Ding Würd ich sagen auch, auch, auch Die Hölle wird auch lustig, wenn wir da irgendwann mal hingehen Na die mag ich nicht so, Minecraft, was haben die eigentlich neu gemacht? Ja, aber wegen Glowstone, ne? 1.3 oder so Na ja, Glowstone, stimmt Glowstone brauchen wir halt dann Achso, ich wollte immer noch ne Werkbank, wir haben ja nicht schon 5 Stück Was denn? Ich hab ja noch ne Werkbank einfach gebaut, so weißt du Achso Ja, das werden wir in den nächsten Aufnahmen auf jeden Fall mal richtig machen Dass das alles, äh Ja, das kommt dann Ich würd sagen, wir Wir einigen uns hinterher, wo jeder sein Zimmer hat und dann kann das jeder gestalten, wie er will, oder? Jaja, sowieso dann, ja Bei mir wird einfach nichts anders gestaltet, da ich sowieso keine Ahnung hab Ja, äh, können ihr helfen Das wird so hoch, oder? Ne, noch eine Reihe höher, warte Hier kommt noch mal einer dran, hier Hör mal, hör mal Warte mal, hör mal Warte mal, wo bist du die Rolle? Ne, noch eine Reihe hoch Noch eine? Ja So ist duftet Okay, komm mal her Bau jetzt mal so sollen, wie ich die gebaut hab Einfach irgendwo hin, oder was? Nein, genau Äh, immer zwei Zwei daneben Hier, zwei neben dem Glas immer Also Weißt du, dann kann ich ja direkt schon mal anfangen, das Glas zu bauen Siehste? Dann haben wir hier acht Das sind doch acht, oder? Ja Nein, auf der anderen Seite einfach bauen Hier Ich wollte einfach nur so einen Weg hier bauen Nein, was machst du? Nein, du baust hier eine Säule hin Und baust hier hinten eine Säule hin Warum? Dann noch mal hin, damit ich das Glas... Ach egal, ne, warte, geht schon Ja, es geht auch schon so Ich würd schon sagen Den ist schon gut nebeneinander Ja, ja, ist schon gut Tobi, hast du noch genug davon? Ich weiß es noch nicht Kannst du mir auch was drüber schmeißen, dann helfe ich dir Aua, na, warte So, ich hab kein Glas mehr Ich weiß jetzt noch nicht irgendwas Ist doch da falsch gerade Ah, das sind sieben nur, scheiße Ne, doch, passt Ah, Dennis Du musst, ähm Ne, schon gut War machst du da? Ich muss nur hier hoch kurz Achso Das hat mich da verschätzt Tobi, du willst jetzt aber mit der Ebene das komplett ausfüllen Oder willst du weiter höher bauen? Ne, das reicht, glaube ich, oder? Also kann ich jetzt rein theoretisch hier so machen? Äh, Jungs, guck mal, irgendwann mal wieder Kohle Wir haben gar nichts mehr Wir haben gar nichts mehr Ich verbrate jetzt noch Holz Ja, in der nächsten Aufnahme werden wir mal losziehen Ich verbrate jetzt einfach mal Holz ein bisschen Haben wir noch Holz eigentlich? Nö Ich hab noch hier Holz, wo brauchst du? Wo brauchst du? Ja, ich muss das im Ofen schmeißen dann Dann nehm hier der Tropenholz Genau Soll ich das, äh, verarbeiten oder soll ich das einfach reinwerfen? Werf einfach rein, ist, glaube ich, hier effektiver So, und dann Ah, wir haben ja noch Sand da oben, perfekt Lass uns einfach brennen Druck mal Holz Braucht ihr Hilfe bei irgendwas? Oder soll ich einfach nur aufs, äh, Dienstwahrt und aufs Glas? Warte einfach aufs Glas Ich geh's auch schon holen Okay Ich koch uns mal ein Mühlchen Hat er Drogen gefressen? Doch Wieso geht er? Ach, ich hab Sense nicht Oh Oder wir brauchen Hast du noch einen Eimer nach? Den hab ich grad verloren Ich hab noch zwei Ah, da hatten wir grad grad ganz kurz nen Leck Geht wieder Wassen? Boden? Ne, ne, ich hatte das Manchmal hängt das Spiel ja Kennst du ja selber Denn, äh, Tobi, wo ist sein Hund? Weiß ich nicht, ist er tot? Glaub schon Der ist er nicht Ja, dann ist er tot Dann wollte er doch so bestimmen Ist das nochmal so? Ja, dann wollte das bestimmen Kann man das, die Glasscheibe zum normalen Glas verarbeiten? Nein, ne? Ne Geht nicht Das ist nicht possible Ist nicht possible Hm, 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 hm Jetzt ist hier überall diese Mistpimmelsäcke Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Schieß mich nicht an Nein Lass mich in Ruhe Dennis, ich zeig dir zwar Wohin du bauen musst Mach doch selber Ich bin doch selber hier beschäftigt Ja, wegen dem Glas, du Held Kannst es doch jetzt an dem, äh, Dings anknüpfen immer Ach, egal So Puh, das war knapp Ich brauch wieder mehr Holz Äh, mehr Glas Klaus sogar mein Hühnchen? Was? Ich hab immer ne Böhnerwitsch Ich hab da gerade noch welches drauf Ich wusste nicht, dass das dir war Ich hatte aber gerade Hunger, ich hab nur ein Herz Du bist so ein Penner, ey Guck mal, das Dach ist doch schon ziemlich weit jetzt Wir haben ungefähr Ja, nicht mal Okay, wir haben nicht mal 50% von dem Dach Dennis, bauen wir hier das ganze Holz ab, ey Wir müssen ja nur noch die Ja, das ist ne Treppe hier Lass, lass die drüber Nein, ich muss das Ich muss das Dings hier bauen Alter, Tobi Der ist, ey Ich hör dich essen, Tobi Ich hab auch was Hm So, guck mal Boah, diese Lecks, ne? Wenn das hier mal was ernstes mit uns ist, holen wir uns ein Nitrado-Servor Ja, seh nicht so toll Ich hab da auch schon ein Hast du noch genug davon, Tobi, oder? Hä, warum baust denn du jetzt? Ne, das reicht dich fürs, fürs, fürs komplette Dach, aber Ich baue die restlichen Sachen, wo ich hier noch habe, gerade von den Dingern, haue ich da noch dran So, warte mal Das ist nicht mehr viel Ähm, ja Das wird's doof Das ist aber eh Das ist wirklich doof Das ist wirklich doof Wohl, ne, ist schon so gut Wohl, ne, ist schon so gut Das Problem ist, wenn, war Warte mal Ist so, ne? Ja, ist nochmal so Kann man auch nichts machen, ne? Das kommt von allein Ja, ihr habt das Dach, glaub ich, ein bisschen zugebaut, weil Nein Ja, natürlich Wenn das... Gib mal Glas kurz, gib mal kurz das Glas Ich zeig's dir kurz was Ich weiß nicht, wie du das meinst Pass auf Was macht ihr denn das? Ne, das ist zu wenig, Dina, aber ich zeig's dir immer ganz kurz Ja, ich weiß, es brennt noch Guck mal hier, pass auf Der Balken hier Das brennt noch Krass Hier, von da, ja? Ja Ja Ja, das sind jetzt doch schon wieder Ne, schon gut, das ist richtig, ja? Bis hier So, zwischen den beiden Dingern Alles zumachen Alles zumachen Alles zumachen Okay Ja, da war ich So, ich hab auch mal einen Beitrag dazu geleistet Ich hab auch einen Glasklotz reingeklatscht Hab ich noch Glas dabei? Nein Ja, wir brauchen wieder Ich tu mal wieder Holz da rein Ich überleg schon, wie wir die Trennwände machen So, da hab ich auch noch was gehört Warte, ich weiß, wo Kohle ist Ich geh die jetzt mal holen Das ist übrigens wieder Tag Das ist übrigens wieder Tag Ja, dann kann ich mal, brauchen wir noch Holz? Ich brauch momentan Hol mal Holz, das wär ja nicht schlecht Irgendwo brauchen wir Wobei, läuft im, ist im Ofen grad noch Glas? Warte mal, zwei Dinger nur Ja, ich brenn das, ich hol jetzt Kohle Schau mal die zwei Blöcke hier mit vom Glas Und mach mal hier schon mal das Dach weiter ein bisschen Genau Ich brauch jetzt Kohle ab hier So Geil 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 Ist erst ins Lava gefallen So, ich hab ganze zwei Kohle Krass Hä, ich geh jetzt mal in eine Höhle hin, komm Tobias, hast du noch Glas? Nee Nee Ja Ja Sexy Und da haben wir wieder den Leck, Freunde Jetzt geht's wieder Oh, da hat's mich irgendwas erwischt Was ist mein Hund hingegangen? Was ist mein Hund hingegangen? Was ist mein Hund hingegangen? Au, Alter Dein Hund schlägt uns LOL Ich hab dir gar nichts gezählt Lass ihn jetzt machen Kann man den nicht töten? Ich hab auch kein Schlecht Greif da einfach den Tobi an, ey Der hat mich auch angegriffen Wieso? Der ist aggressiv Guck mal den Mistköter, ey Guck mal, der geht schon wieder zu mir Ich komm schon nicht in den Schlag Der geht dahin, wo es am meisten schlägt Pfff Oh Hahaha Bitte was? Bitte was? Wir haben hier keine Mitte, das ist scheiße Was haben wir? Richard Mittermeier Wie, wir haben keine Mitte Wir haben keine richtige Mitte Ja Meines, ja Ja, wir müssen hier eine Doppelband hin machen Ja, ich will nicht mit dem Kontabass Spielkonstruktion, das Haus Komplett abreißen wieder Ne Ja klar, auf geht's Pfff 1, 2, 3 P, 2, 3 P, 2, 3 Boah, wir brauchen so viel Ah, Spinne Oh Pfff Oh Ich hab so ne Spitzhacke Boah Oh Geile Hure Hast mich schon gehört So Oh, oh Guck mal, die Oh Guck mal, wie die rufzt Boah, Alter Gibt's irgendwie ne Möglichkeit, dass der Ofen schneller Glas produziert, das ja Ne Ja, mit Kohle Ja, die haben wir schon drin Ja, die haben wir schon drin Ja, beziehungsweise mehrere Öfen dann halt Ich hab ja nur Dings hier Ist nur noch ein Kohlestuck drin Haben wir denn noch Penisse? Ne, haben wir denn noch Holz? Nein Das ist es ja Ne Ne Ich geh mal Holz anarbeiten Warte mal Tobi, ich hab noch so Eichenholzbretter hab ich nur Ne, ne Ja, tu die mal da rein im Ofen Das geht auch Die braucht der Tobi ja für die Wand Hier Tobi, ich hab sie zu lang geschmissen Das ist ja der Hammer Ne, ne Was soll das geben Ich überlege jetzt gerade, ob ich das mit der Doppelwand wirklich durchziehen soll oder ob wir das Was meinst du mit der Doppelwand? Es fällt ja nicht auf Ne, ne, schon gut, ignoriert was ich gesagt hab Ich hab nichts gesagt Ne, du fällt ja nicht auf, würde ich auch Ey, wir brauchen viel mehr Glas und das Dach ist auch noch nicht fertig Ja, Dennis, komm mal mit Ähm Ich geb dir jetzt eine Axt Du baust Holz ab und ich baue, äh, Dings ab Ja Äh Sand Den Holz benutzt man dann zum Brennen Ähm Was sind wir da weg da? Guck, ich bin jetzt wieder Dennis, ich baue es gerade Holz mit einer Spitzack ab Problem ist, bei mir hängt das Spiel manchmal Jetzt gehts wieder So Ausreden Ja, ja Auch über GONGs tausende Folgen, wieso sollte man sich darüber aufregen? Dass er keine Tüze ist Aber die sollen drauf waren, die haben alle hohe Erwartungen, ne? Ja, was soll denn da machen, ey? Macht da eine Folge, die lang ist und dann macht der eh wieder normale Folgen So dumm Ach, guck mal hier unten, ey, Dien, komm mal kurz her Warte mal bitte Nein, komm mal schnell her, ich hab was gefunden Was dann, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, guck doch, dreh dich um, du siehst mich Ne Wo bist du, wo bist du, guck mal wie ich Seh ich denn Hier Ja, was ist denn? Komm mit Hast du Hülle? Äh, hab ich eine Spitzhacke dabei? Ja Ja, dann, äh Das ist, glaub ich, keine richtig große Hülle Ich glaub, die höre ich schon wieder da hinten ab, oder? Ja, das stimmt Oder, was ist hier? Ist hier noch was? Ich seh da kaum was Hast du eine Fackel dabei? Nee, da ist nix Ich hab die Dings auf ganz hoch, die Helligkeit Würde ich an der Stelle aufmachen, dann siehst du auch, wenn's dunkel ist Ja Ja, von hier sieht das Haus schon echt krass aus Und wir haben wieder eine Spinne auf der Eingangshalle Ja, die haben wir schon den ganzen Zeit gehabt, glaub ich Kommt sich nie da runter gegangen So So, das Glas dürfte genug sein Äh, das Das, äh Sand Der Sand Das Sand Der Sand Das Sand Und wie viel Holz brauchen wir denn? Wie viel Holz brauchen wir denn? Mach man's Ja, ich sammle auch ein bisschen, sammle mal So ein Stack pro Holz wär schon nicht schlecht Nee, wir können auch das normale Holz benutzen zum Rennen Nee, ich mein, ich brauch die doch zum Bauen, das normale Holz Achso, ja Ich hab jetzt das normale Holz benutzen zum Rennen, ja Hoch, hoch, hoch Oh, schlägt mal hoch Kennst das? Ja, klar Natürlich kenn ich das Wie, das wird doch lächeln, ja Kennst du die... Kennst du die... Kennst du die beide? Es gibt ja zwei, ne? Zwei! Ich kenn nur eins, ne? Musst mir... Musst mir... Ja doch, da gibt's doch so'n... So'n Schwarzhaariger Der sitzt dann die ganze Zeit so da, so voll nervös Hoch, dein Arsch! Hoch, hoch! Ach, der Schweizer! Ja, nee, da gibt's zwei Stück von Die sind beim gleichen Castigene Ah, nee, ich kenn nur... Ich kenn nur den Schweizer Oh ja! Ja auch den Schweizer Ich spritz gleich! Oh! Ja genau, den gibt's aber Und da gibt's doch einen, der ist voll nervös Der weiß gar nicht, was er sagen soll Oh, deine Brüste! Oh, dein Arsch! Leute, wenn wir jetzt weiterhin diese Einbrüche der Framerate haben Dann mach mal kurz eine Aufnahmepause Und dann... Ja, jetzt... Wie lange meinst du denn, hält dein Spiel noch durch? Ich weiß es nicht, ich hoffe Kein langsam... Ich hab dich auch mal, Dennis, ihr hättet ja auch 10 Minuten lang oder so noch mal eine bei mir weg Das steht einfach kurz, danach geht's weiter, ne? Ja, ich mach noch schnell diese Drennung da fertig, dann können wir aufhören Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich hab Holz! Hier, Holz! Ich renge grad zum Haus zurück Wie krass das Haus aussieht Danke Volk der Haus Volk der riesen Haus Warum machst du hier so Löcher in der Mauer rein? Das war ich nicht Hey, der Tobi meint nicht Ich hab noch Warte, warte, komm gleich Hör mal, hör mal Ich kann's mir schon denken Der, der, der Fulk, der hat immer, ne? Äh, äh, ein bisschen Kacke mehr Sag mal, was macht denn unsere Glasproduktion? Ähm, Glas ist am köcheln Das dürfte genuss sein, das sind, das sind 64er-Stack Also ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal und, äh, ja Tobi, was hast du hier vor? Warum ist hier so eine Lücke drin? Warte, warte, das sind die Zimmer, das verstehst du? Achso, dort ist mein Zimmer so klein Nein, das meine ich, ich meine hier das hier Ne, ne, die Lücke, soll man dich zumachen, Tobi, die Lücke oder kommt da was spezielles rein? Wie, du was? Die Lücke, ja Ja, zum hochspringen, ne? Hatt ich die gelassen Achso Clever, der Herr, clever Wollen wir Türen zwischen den Räumen bauen oder soll da einfach so Durchgänge sein? Hm, ich würde sagen, Durchgänge, weil sonst müssten wir ja wieder ein Gast Ich bau das jetzt einfach erstmal so, so, ich bau das erstmal roh so hin und dann kann man ja nachher immer noch gucken Ich würde sagen, wir machen Durchgang nur Ich würde sagen, wir machen Durchgang nur Boah, ich hab so viel helles Holz dabei jetzt, ne? Ohne Witz Ich kann zum Brennen benutzen, wir brauchen das gerade nicht Ja Obwohl nicht, wir haben jetzt Holz behalten lieber Na ja, wir haben genug Rohholz da gerade drin Moin Da hätten wir jetzt doch ne Eimer, hätte ich Lava geholt, das hätte man zum Brennen benutzen können Das wäre praktisch kein Also unser herzliches Thema für die nächsten Folgen wird auf jeden Fall das Dach werden Ja, das dürfen wir aber, wenn wir genug Sunshine haben, locker hinkriegen Ja Ich hab noch zwei, hier So Warum baust du das jetzt da oben dran, Tobi? Achso Ne, das würde ich, das Dach würde ich dann wieder mit hellem Holz machen, oder? Also Oder willst du? Ja? Ne, pass auf, hier So meine ich, guck Ja, halt, die auch Ne, ne, das brauchst du ja auch nicht Das geht hier nur um die Räume hier drinnen Hier drinnen, hier drinnen kommt ja eh Glas hin Das geht hier drinnen, hier kannst du's machen Hier, hier können wir das machen Hast du genug von dem hellen Holz? Ja, ich hab äh 80, 85 Blöcke Wo kann ich das machen? Ja, dann kannst du das jetzt Achso Ja, dann kannst du's sich hier's jetzt mal an an dem Block hier oben der dann noch steht jetzt hier da, der da Ja, genau Jetzt komplett ausfüllen Wir müssen aber das Dach noch fertig machen, ne? Sollen wir nicht hier angeration und dann Ne, ne, mach mach mal dich da, guck Mach, mach, mach dich, guck Mach, mach dich, mach mach, 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 mach Mach dich, mach dich Tobi, ich hab mal 14 normale Soldaten Mach mach dich Oh, ja Das andere brennt es brennt da wenn ich jetzt gleich aus dem raum rauskomme dann möchte ich hoffen dass die tür vergessen tobi dass das glas da ist ja das glas ich baue ich baue das schon die ganze zeit dran wenn ich neues habe soll ich mal türen machen obwohl ich hab ja kein holz mehr ich hab noch elf helles holz warte ich baue mal mit ihr hier du kannst mal die spinne da töten die spinne ja die macht nichts im tageslicht ich hasse das wenn du daneben baust die da machst du lieber auf der anderen ach ne du hast ja nicht mehr so viel ich hab das war's was hast du hier gemacht ach so ich erinnere mich gesund ich hab hier noch vier hühner 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 ne ich hab grad apfel gegessen stell dir mal vor apfel und hühnchen mit der natura ne da brennt der pot so jeder raum ist fertig alter wieso ist die tür unten auf es ist eine dunkle kammer hier dunkle kammer ja da kenne ich noch ne ja super ich wollte grad sagen mit gas und so aber ich mach mal da fackeln rein bevor da äh ach du meinst die ähm globale erwärmung ne ich weiß fenster können wir auch noch naja fenster können wir auch rein weil dann warten wir dann ähm ich hab noch glas scheiben normale ne dann machen wir erstmal das dach mit fertig die ich hab normale glas scheiben also nicht die hier diese flachen dieser einen block diese flachen ja genau die hier warte mal ich muss erstmal gucken ob die überhaupt hier so hin passt die fenster warte mal bevor du das dahin setzt passt doch ok ah 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 schön aus stimmt wagen an seite auch noch ich hab nicht mehr so viel und wir brauchen das holz noch so wie machen wir dann mit dem dach dann müssen wir ja oben drauf klettern ne ja das geht schon das kriegen wir ähm so das war's ich mach mal gleich durch ich mach mal die schöne aufsicht an hier erstmal machen wir jetzt das dach fertig mit dem äh glas oder ach so ja ok die fenster müssen beim nächsten mal noch eins nach oben aber das machen wir wieder glas haben naja ich hab gerade vergessen dass du oh 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 wei rein ja jetzt sind die ah ja einbrüche der 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 ja was für einbrüche der der ne ich hab Probleme grade das stimmt die GmbH an seine Grenze das Spiel wacht ich mach auch nach vorne auf der hause machen das hab ich das hab ich auch gemacht dann gegenswert das läuft ja gerade wieder ach Alter wie viel ah ne ich war ich verbale noch schnell mal das Holz hier und dann können wir auf eine eau auf Neuk 거죠 Ja, da haben wir ja viel, viel, viel aufgenommen und in der nächsten Folge machen wir dann das Dach fertig und begeben uns mal auf der Suche. Ist fast schon schade, dass wir jetzt so viel aufgenommen haben, weil das macht irgendwie Spaß. Das ist schon Spaß, stimmt. Wir können ja bis Weihnachten aufnehmen, wenn wir jetzt jeden Tag die drei Stunden aufnehmen. Wir können ja auch mal eine XXL-Folge raushauen irgendwann mal, habe ich ja schon mal angesprochen. Hast du die Folgen sind XXL? Ne. Was hast du hier gemacht, Tobi? Ist das hier für deinen Penis oder was? Ja, ein Bimbel in der Wand stecken. Müsst du, musst du es bei euch immer auf Glieder gehen? Einer fährt seinen Staubsauger, so einen automatischen Staubsauger. Weißt du, den noch aus SW-Tor? Alter, da unten ist ein Skelett drin, ne? Watt, wo? Ja, da ist noch nicht genug ausgelösen. Du holst mir. Yeah. Holst du hier, komm. Hallo. Ich will mich hier gerade rumstehen, ich möchte mich jetzt gerade nicht großartig bewegen, bevor wieder die FPS hier einbricht. Da weiß ich noch, bis der Tobi hier schnell sein Holz verbraten hat. Gucken wir ihm mal seinem sexy Arsch zu. Oh, geil. Da kommt er nicht hochgesprungen, ne? Ne. So. Ja, sieht noch ein bisschen flickwerkmäßig aus hier, aber so langsam. Los, Sklave! So, Leute. Das war auf jeden Fall. Was hast du denn in der Hand? Achso. Oh. So, Leute. Das war auf jeden Fall eine riesen Aufnahme-Session. Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich... Guck mal, ich habe mich rasiert. Wir haben jetzt insgesamt zwei Stunden, glaube ich, aufgenommen. Ja, das sind vier Folgen oder fünf Folgen, sogar sechs Folgen. Ich weiß es gar nicht. Und bei uns ist es ja so, die Folgen mit dem LPT kommen ja immer alle zwei Tage auf den YouTube-Kanälen. Also beim Tobi alle zwei Tage, bei mir alle zwei Tage. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der Tobi, der spritzt hier Blumen. Ja. Und, äh, und kotzt sie wieder aus. Gebraten jetzt hier. Vielleicht knopfe ich mir da noch rein. Ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare wieder, äh, für die Promi-WG eure Kommentare posten. Findet ihr das Taus, unser Machtwerk. Das Dach fehlt ja noch. Und ihr seht gerade, zum Ende dieser Aufnahme kackt das Spiel gerade nochmal ab. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wollt ihr noch Tschüss sagen? Abgeschnitte Pimmel! Wollt ihr noch Tschüss sagen? Nein? Ja, tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.